Willkommen zurück zu unserem nächsten Nähtutorial. Dieses Mal ein Basic Shirt, relativ einfach, wir würden es aber eher den fortgeschrittenen Nähanfängern unter euch empfehlen. Und wenn es euch gefallen hat am Ende, dann hinterlasst ihn da oben hoch oder klickt auf die Glocke und abonniert uns. Viel Spaß! Du brauchst deinen Stoff, den Schnitt, Scheren, Schneiderkreide, ein Handmaß und Stecknadeln. Nachdem wir alle Teile vorgezeichnet und ausgeschnitten haben, beginnen wir damit den Abnäher einzuzeichnen. Dafür durchstichst du das Schnittmusterpapier an der Spitze des Abnähers und markierst den Punkt mit Kreide, sodass er auf dem Stoff sichtbar ist. Mit einem Lineal verbindest du die Punkte miteinander. Falte sie aufeinander und fixiere alles mit Stecknadeln. An der Nähmaschine nähst du vorsichtig von dem innenliegenden Ende nach außen. So sieht das Ergebnis aus. Schulternähte sind ganz einfach. Lege das Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts aufeinander und stecke die Schultern zusammen. Diese beiden Stellen vernähst du nun. Ärmel sind ebenfalls einfach angesetzt, auch wenn es als Anfänger etwas kompliziert aussieht. Breite das Vorder- und Rückteil vor dir aus. In die Kuhle für die Schulter legst du den Ärmel. Achte darauf, dass die richtige Stoffseite oben liegt. Den Mittelpunkt steckst du zuerst fest. Danach die beiden äußeren Punkte. Orientiere dich an den eingeschnittenen Knipsen für die Mitten, vorn und hinten und fülle mit so vielen Stecknadeln auf, wie du benötigst. guess ein plan nach? Und so. guess was? guess was? An der Nähmaschine musst du darauf achten, dass sich der Stoff nicht doppelt legt, Falten wirft oder verzieht. Die Seitennaht ist schnell gemacht, lege dein Shirt rechts auf rechts zusammen. Die erste Fixierung nimmst du an der Achsel vor, wo die Nähte des Ärmels auf die Seitennaht treffen. Von dort aus arbeitest du wie eben auch, zuerst die Enden fixieren, dann mit Stecknadeln auffüllen. Bei diesem Shirt ist der schmale Rundheitskragen das komplizierteste. Du beginnst damit, den Kragen vorzubereiten, indem du die noch offene kurze Seite schließt. Falte den geschlossenen Ring nun mittig und stecke rundum fest. Das Ergebnis nähst du an der Nähmaschine zusammen. Auf diese Weise erleichterst du dir das Leben im nächsten Schritt. Bei dem Ergebnis musst du die Mitte der Vorderseite und Rückseite am Shirt und bei dem Kragen markieren. Nun fixierst du alles an deinem Shirt. Fange mit den markierten Stellen an und arbeite dich dann rundum am Ausschnitt entlang. Achte schon beim Stecken darauf, dass du entstehende Falten beim Nähen durch Dehnen des Stoffes herausnehmen kannst. Möglicherweise wirst du mehrmals korrigieren müssten. Wir waren selbst davon überrascht, dass es tatsächlich beim ersten Anlauf so gut funktioniert hat. rotast hareket. neuen Gegenstand 6 8 6 8 10 Nähe dein Werk vorsichtig zusammen. Arbeite dabei nicht zu schnell, je nach Stoffart kann den Stoff Falten werfen oder sich verziehen. Hier etwas mehr Zeit investieren lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben ein Modaljersey genutzt und mussten kontinuierlich zurechtschieben. Das ist ein Modaljersey genutzt. Zuletzt machen wir uns an den Saum. Für einen sauberen Abschluss schlägst du den Stoff 2x jeweils 1 cm um, sodass die Stoffkante innen liegt. Bügle das Bündchen rund um und stecke es fest, damit es dir unter der Nähmaschine nicht wieder aufrollt. Jetzt nähst du mit einem einfachen Radstich durch die 3 Stofflagen hindurch. Das Ergebnis sollte aussehen wie hier gezeigt. Und fertig ist unser Basic Shirt. Also wir haben hier wirklich einfache Nähte gehabt. Und hier oben der Kragen war ein bisschen anspruchsvoller, aber das kriegt ihr auch alles hin. Gut und wenn es euch gefallen hat, dann klickt auf den Daumen hoch, abonniert uns und klickt auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal!